Hallo, ich bin Simone Meierhoff, ich bin 51 Jahre alt und praktiziere seit 10, 15 Jahren Yoga und habe es vor ein paar Jahren wirklich auch zu meiner Profession gemacht. Habe eine zweijährige Hatha-Yoga-Ausbildung, verschiedene Weiterbildungen, Yin-Yoga, eine sanfte Form, dynamisches Faszien-Yoga und auch Hormon-Yoga. Und ich bin Dozentin hier bei BIEG in Bensheim und darf unter anderem hier in Kloster-Siedelsbrunn auch Bildungsurlaub, eine Bildungswoche geben für Yoga und Stressbewältigung im Alltag. Und was für mich wichtig ist im Yoga, ist, dass jeder wirklich Yoga praktizieren kann. Jeder, der atmen kann, kann Yoga praktizieren. Es sind nicht nur körperliche Übungen, die wir meistens im Westen unter Yoga verstehen. Es sind ebenso auch Achtsamkeits-Atemübungen ganz, ganz wichtig, um den Geist zur Ruhe kommen zu lassen, um wirklich dem Stress auch im Alltag begegnen zu können, kann man Yoga wunderbar praktizieren. Ich selbst habe Yoga auch angefangen, weil ich schon als Kind auch immer Rückenprobleme hatte und hatte auch vor einigen Jahren einen Bandscheibenvorfall und habe immer wieder mal mit mehr oder weniger Rückenschmerzen zu kämpfen. Und da ist für mich Yoga wirklich eine ganz, ganz tolle Selbsttherapie. Und das möchte ich euch gerne auch auf den Weg geben, wenn ihr Yoga bei uns praktizieren möchtet. Und wie kann ich für mich eine Form finden, eine Bewegungsform oder auch eine meditative, mentale Form, um Stress gelassener zu begegnen, um beweglicher zu werden, um auch meinen Rückenschmerzen vielleicht vorbeugen zu können oder auch die Rückenschmerzen oder andere Schmerzen auch ein bisschen begegnen zu können. Yoga ist für jedermann anwendbar und praktizierbar. Und ich möchte gerne, dass ihr in der Woche, in der Bildungswoche, wo ihr bei uns seid, einen Einblick über Yoga bekommt, über praktische Formen des Yogas, über Atemübungen, über Meditationen, auch über die Geschichte des Yogas. Also wir machen eben auch ein bisschen Theorie natürlich. Und was auch ganz wichtig ist, dann der Transfer in den Alltag. Was kann ich mitnehmen? Wie kann ich vielleicht auch Yoga in meinem beruflichen Alltag im Büro praktizieren? Oder für mich einfach morgens oder abends ein paar Übungen einbauen, dass ich auch mir etwas Gutes damit tun kann. Ich freue mich, euch im Kloster oder auch in anderen Bildungsstätten auf Sylt, auf Wangerooge oder was wir sonst noch so ein Programm haben, bei einer Bildungswoche für Yoga und Stressmanagement begrüßen zu dürfen. Namaste.